Ich wollte nicht Wüste schaffen, was später Fleisch dem Wohl der Gesellschaft zugut käme. Schon als Jugendliche habe ich mich sehr für die Biowissenschaften interessiert. Gleichzeitig habe ich auch immer gerne Lehre gemacht, vor allem jüngere Kinder unterrichtet. Just like I can be a scientist, a mum, a photographer and a tracker, you can be a microbiologist and an artist, an engineer and a dancer, a rocket scientist and a girl. Every little girl is unique. Every girl should follow her purpose and work hard to reach it. Be brave. You'll be surprised at what you can accomplish. Last season, it was in the study of a Sarajan Absimeter and the dont need to start the interview. You don't like video, ? ндach Mer Merlin ... Untertitelung des ZDF, 2020